Hallöschön Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kinoa Stream, I hope this is H.D. in this part. Sie mir weist durch die Welt von Quasimodo-Gurant, Glacite des Claws. Ich kann immer noch kein Französisch. Glacite Claw. Oder wie man das auch immer wieder ausspricht, keine Ahnung. Warum hat die scheiß Welt nicht Französischen Namen? Oh, wir sind im Fallenkreis. Ups. Und wollen diese jetzt weiterführen mit Zora? Ich habe auch schon ein bisschen überall das Neuwerk gemacht, weil es hat mich gestört. So schnell sollte es nicht wiederkommen. Zumindest glaube ich das. Ich kann hier keinen Schocksturz machen. Nein, wir sind... Au. Ich würde ganz sagen, wir sind geliefert. Und dann kriege ich halt echt auch's Mahl. Äh. Der. Bleib hier. Zora. Aua. Nein. Hier. Hi. Pluck, pluck. Pluck, 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 pluck. Thunder. Bam. Du machst nichts. Aber auch rein gar nichts. Ist da um die Kiste oder so? Verschlecht vielleicht. Nein, aber da ist eine unsichtbare Mauer für mich. Okay. Weißt du, wie hier. Ich würde schon sagen, es ist auch für eine Kombo. Pluck. Na, na, na. So. So. Ich werde alle sterben durch meinen Schocksturz. Aua. So viel zu. Ihr werdet alle sterben. Ich bekomme hier voll das Maul. So. Schön Vitra genutzt. Witzige ich jetzt hier lang und nicht den anderem Weg. Ich kann es euch diese Frage leider nicht beantworten. Da ich mir selber nicht sicher bin. Ta, 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 ta. Oh, weil es beide selbem Weg ist. Hm. Okay. Hier gibt es auch nur einen Weg, den nur Riku gehen kann und einen, den nur Sura gehen kann. Weil Riku geht woanders hin hier und Sura geht halt auch woanders hin. Offensichtlich. Würde ich mal sagen. Hast gerade versucht, mich anzukotzen. Hat wohl nicht funktioniert. So wie du es wolltest. Hier. Pam. Du auch. So. Sehr schön. So, dann ist da hinten noch eine Kiste. Weil dort drüben um die Ecke, da kann nur Riku hin. Ist aber irgendwie abgesperrt durch brennende, rauchende Kisten oder sowas. Oder? War das richtig so? Ja. Da sind rauchende Kisten. Quasi eine schwarze Mauer, die uns sagt so, äh, nee. Nee, du gehst da nicht lang. Aber es ist besser als erklärt, als ein Bugs-Bus-Bus-Liefe. Und heißt so, äh, nee. Da ist nichts. Hier ist es eine Absperrung einfach. Als wäre da halt irgendetwas passiert oder so. Aber es ist einfach nur so. Nee. tut mir dann aber was passiert sein ihr wisst das was ist die beizung ein sehr geiles in dem hart ist wie schon da aber ich mag bring das ist uns einfach mehr her weil es halt so jeder hat einen geschmack aber das favorite bleibt natürlich ortheim kino marz 2 bis jetzt bis kino marz 3 kommen sagst du ja ich bin voll cool und dann sagen wir so einfach so okay ich wollte kann hier nutzen immer so weit level 10 ist das ein folie level wer tut denn so was ich nicht ich war dafür immer am ende der spiele so ihr bleibt alles schön hier das war nicht gut dass es mich nicht paralysiert hat das ist ein bisschen herausgerastet rausgerastet ich glaube ich ich weiß es selbst nicht oder es war ein kätzchen es wurde getötet sehr schön dahinter noch nicht die kiste übersieht man nämlich mal ganz gerne oftmals einfach wenn ich daran denkt für die geheimdurchgang ok wenn ich einen durchgang war das schon hier überall totenköpfe er war hier ich bin plötzlich ist nicht so als würde man den sehren da unten ist nämlich irgendeine pampa die unsere sturzteile erhöht also dass sie schneller sinkt und die geht weg wenn wir dieses kriege zerstörter stört da wird doch irgendetwas machen hier wiedersehen aber wir müssen eben kosten wecker schmeißen damit wir ganz schnell unsere stotzteile wieder normalisieren können flöp na nicht geister na komm wir hauen da Balloon rein weil Balloon ist gut Balloon ist cool ähm lass mal sehen bald kann man da Angriffskraft wieder erhöhen da haben wir noch mehr Angriff sehr schön na na salam so flopp flopp mhm Balloon ist schon wieder ein Durchgang mhm ich glaub ja nicht dass wir da lang müssen pff es ist so dumm wie die versteckt die sind nicht mal versteckt man sieht's halt total ich weiß nicht ob es auf dem Dreader erst mehr anders war ob man die nicht so gut erkannt hat aber ich finde man erkennt die halt super zumal hast du halt deine Dreader sie dir zeigen wo die sind take this hier schick dich in meine Balloons rein oder auch nicht bevor du tot bist hier das ist zum Beispiel die gute versteckte Eingang nicht ich hab grad die Rollen gesehen ich vergesse was ich gesagt habe so iiih nein so und ne Kiste yeah pssch schlafer oh sehr nützlich nicht du müsstest zweimal schaden ja komm mach mich schnell das sollte einfach oh nur ein Gegner okay zumindest hier drin hier flop iiih das ist gemein auf so engem Raum aber es lässt halt Späsch für euch fuck mit ne Eislinge zerfickt so so und dann können wir direkt weiter gehen lang ist die Welt eigentlich mit Zoran nicht mehr meine ich mich zu erinnern ne eigentlich nicht wir sind bald fertig mal gucken ob ich da noch ein Level ab erreiche aber ich bezweifle ne es war die Wundermieze flop flop habe ich grad meine Wundermieze auch getauft wie mein Dino okay hi Dino mach mal irgendwie Damage sehr schön iiih das Ding vergiftet mit uns sind ist falsch bei dir Mistvieh so ta-da-da-da-da-da ne das ist ein Weg Dino und zwar heftig ja halte ich da fest ist okay hier oben war die Kiste vollgehend die Wand geschlagen na 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 das wollte ich nicht pack jamais 2 gesetzt Aua. Nein, lass mich bitte in Ruhe. Danke. Nein. Ich will nur die Kiste. Pock! Focken. Ja, Feuermüde. Wir sind Level... Oh, wir sind Level 10 sogar schon. Oh. Ich wollte gerade sagen, hier war da aufzunehmen. Einfach bis da, hier unten. Wo ist es hin? Egal. Ich habe hier eine Kiste. Yeah. Gift-Echsen-Rezept. Wie sie sagen, ich habe nicht immer die Kisten mit Rezepten. Sprühe richtig, geht weg. Ich finde es aber auch doof, dass das Spiel nicht erkennt, dass du halt alle hast. Na, einfach andere Staffel. Ich meine, dass wir weiterfetzt. Aber nee. Nö, ich denke einfach so. Nein. Same truth like every time. Das ist sehr gut, was du da anwesest. So war. Ihh. Der Tisch hat er sich. Aber auch nur fast. Back off. Ich weiß, dass da was ist. Chillt eure Basis. Wie ihr seht, bin ich mich nochmal mal umgucken. Für einen Chill-Kick, nenne ich. So. Na, 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 na. Ha, ha. Er hat nicht so lange gedacht. Fahre. Fahre. Ta. Ah. Nein. Toc, toc. Voll dran abgebrochen. Sora, please. Sora, please. Mach das sowas nicht. He, 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 he. Ta, da, da. So, da ist Esmeralda. Aber wir denken uns zu Esmeralda erstmal so. Äh, nee. Ich hab hier noch Pisten. Und die haben Vorrang. Gegenüber zu dir. Na, 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 na. Nein. Wie hab ich für alles slow motion attraktiv? Das war, glaube ich, dieses dreimal angreifen oder so. Hier durch den Exitärischen Strafgegner mit einem Sturmangriff. Ach, war das sowas wie Rutschattacke? Okay. Quasimodo? Was machst du hier? Phoebus und ich kamen, dich zu warnen. Frohlo ist auf seinem Weg. Take what you can und flie. Well done, Captain Phoebus. Thankfully, you are every bit as predictable as I had hoped. Hm. Dear Quasimodo, I always knew you would someday be of use to me. Hm. I have you at last. You witch. There'll be a bonfire in the square. No. Please, Master. Hm. Frohlo! I won't let you do this! Quasimodo! Quasimodo? Esmeralda! Phoebus! He's taking her to a bonfire in the square. I gotta hurry! Esmeralda! Esmeralda! Way to go, Quasimodo! Sanctuary! Sanctuary! Ich weiß nicht, ob ich mir so ein Ding anlegen würde, was einfach mal so dreimal so groß ist wie ich. Ich weiß, ich hätte da schon ein bisschen Respekt vor Sora, ne? Nope! Hier ein Komet für dich. La 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 la! Ta 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 ta. Der Boss kann auch wieder was schwerer werden. Boah, der singt jetzt. Aua. Da muss ich gerade auch wieder was schwerer werden. La 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 la! Rip! Einfach nur rip, 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 rip. Ich weiß aber jetzt, ob das er anfängt. Ne! Seh ich nicht ein. Ja, 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 ja! Together! Hier! Hi! Go! Kill it! Back off! Back off! Take this! Ja! Heel! Ho! Jo! Ho! Nee! Flog! Spürst du bestimmt gerne in meinen Balloon rein, ne? Oh ja. Was kommt der? So, nimm das hier. Und der Megastampfer! Fog! Fog! Rip! Ich hüpfte ich tot. What the? Was zur Hölle war das? Nein, renne ich dahin. Du dummes Kästchen. So. Schön Schaden. Oh! Oh Gott. Weg hier. Nope. Boom! Aua. Aua. Nein. Ja, schön da durch. Sehr geil. Sehr schön. I. Na 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 na. Nein! Nein! Diesen Boss. Ich mag ihn nicht. Er mag mich nicht. Er mag mich auch nicht. Ähm. Dürf ich auch erst mal meinen Dream Eater wechseln? Spiel! What the fuck? Ja, komm. Sei unfair. Ist voll okay. Nein. Ich kämpfe nicht. Jetzt könnt ihr mich heilen. Folgen konnte ich das nicht. Das war gemein. Aua. Nope. Hi. Fuck. Oh ja. Ich springe in mich rein. Guck mal. Ich geb... Ich geb nichts dafür. I. Hopp. I. Oh ja. Natürlich triffst du mich irgendwie noch. Ich ist voll legitim. Nein, das will ich, aber nicht. Ich stehe immer noch hier. Und ich werde hier auch stehen bleiben. Okay. Ich werde hier nicht stehen bleiben. Hast gewonnen. Hahaha. Perfect dodge roll. Oh god. Nein. Kannst du gehen weg? Nein. Ähm, ja. Hilfe der A. B. C. D. Nein. Hahaha. Nö. Zieh ich dich ein. Geh weg. Oh, der hat mich geslappt. Geh weg. Geh weg. Iiii. Hier kann ich mich am Feuer nicht erreichen, egal wie da du bekommst. Oh god, er kommt. Er kommt. Haha. Geh weg. Ich lasse mich nicht mehr slappen. Oh god, ich habe mich slappen lassen. Nicht anvisiert ist die klügste Methode hier. Hier. Na 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 na. Ich kann, oh. Ich kann fliegen. Hahaha. Ich vergesse das immer wieder. Versuche mich zu fegen. Fuck. Hier. Es. Es. Your. Doom. Boom. I should have known you'd risk your life to save that gypsy witch. Just as your own mother died in her pitiful attempt to save you. What? Now. I'm going to do what I should have done 20 years ago. Ah. 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 Hold on. Hold on. Hold on. Hahaha. Hahaha. And he shall smite the wicked. And plunge them into the fiery pit forever. Never. Ah. 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 Quasimodo. Quasimodo. No. 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 Nein! Nein! Quasimodo, você não pode deixar seu coração... Eu sei... Eu não posso desculpar a Frollo por colocar os bens no meio. Não foi as bens no meio que me mantém. Hmm... Mas meu coração está livre agora. Eu estou pronta para realmente ver o que está lá. All that time, Quasimodo let himself be trapped inside the nightmares Frollo gave him. Hypocrite. Você é o que fez seu coração a prisão. Você de novo? O que você está falando? Mesmo que você não é a prisão. Ah... 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 My heart's a prison? Das war eine überlänge Folge, aber ich würde sagen, das war's mit Tino Street of Distance HD, also dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt, mit Rico diese Welt machen, also bis zum nächsten Mal, tschuh!